Hallo und herzlich willkommen bei den Schreibnümpfen. Ich bin Gabi und das hier ist die zweite Folge meiner Reihe zum Thema Self-Publishing. Letztes Mal ging es ja allgemein um die Vorteile von Verlagsveröffentlichungen und die Vorteile vom Self-Publishing und jetzt wollen wir uns richtig reinstürzen ins Thema Self-Publishing und alles, was eben damit verbunden ist, wenn man sich entscheidet, sein Buch selbst zu veröffentlichen ohne Verlag. Und zuerst wäre es wahrscheinlich ganz gut, wenn wir mal unterscheiden, was Lektorat und Korrektorat eigentlich bedeutet. Und zwar geht es beim Lektorat nicht nur um die Sprache, sondern vor allem auch um die inhaltliche Ebene des Textes und der Lektor oder die Lektorin befasst sich eben sehr umfassend und ausführlich mit dem ganzen Text, also auch mit den Charakteren, mit der Logik, mit dem Spannungsbogen, eben mit allem, was die Geschichte ausmacht. Da geht es eben nicht nur um Rechtschreibfehler oder Grammatik und solche Dinge. Natürlich wird auch der Lektor eventuell Tippfehler anstreichen, wenn er sie sieht, aber darauf liegt eben nicht der Fokus. Es geht eher um den Stil, um den Inhalt und so weiter. Es gibt auch verschiedene Arte von Lektoraten. Es gibt zum Beispiel rein stilistische Lektorate oder welche, die sich eben eher auf die Figuren konzentrieren. Da muss man dann schauen, was genau der Lektor jetzt anbietet und was da drin ist. Es gibt auch kombinierte Lektorate, die zusammen mit Korrektorat schon angeboten werden. Da muss man halt schauen. Ja, das Korrektorat an sich, das befasst sich eben vorrangig mit der Sprache und der Zeichensetzung. Da erfolgt normalerweise keine inhaltliche Analyse. Da wird eben wirklich nur nach Schönheitsfehlern geguckt und nicht mehr auf den Spannungsbogen oder die Charaktere. So, okay, und wofür brauche ich das jetzt? Ich meine, ich könnte mein Skript ja auch einfach meinen Eltern oder meinen besten Freunden geben und die können mir ja auch sagen, ob die Geschichte irgendwelche Logikfehler hat. Und ich meine, Rechtschreibfehler, ja, die finde ich ja auch selber, weil ich habe ja Deutsch in der Schule gehabt, nicht wahr? Ja, also diesen Gedankengang kann man haben, aber man sollte ihm vielleicht nicht unbedingt folgen, denn für das eigene Manuskript wird man im Laufe der Zeit einfach betriebsblind und allein deswegen ist es schon unmöglich, selber die Fehler zu finden, die in dem Text sind. Und Familie und Freunde eignen sich meiner Meinung nach nur begrenzt dafür, das Manuskript eben auf Spannung und Stringenz und Logik zu überprüfen. Denn es ist eben einfach was anderes, ob man einen ganz normalen Leser hat, der vielleicht noch nicht mal zur Zielgruppe gehört, denn ich weiß nicht, also bei mir ist es zumindest so, dass meine Eltern nicht die Zielgruppe meiner Romane sind und deswegen allein eignen sie sich ja schon nicht, um das wirklich zu lesen. Und dann spielt ja auch noch der Punkt eine Rolle, dass diese emotionale Bindung, die man eben zu Familienmitgliedern und Freunden hat, ja, der Sache auch nicht unbedingt so gut tut, denn die Leute müssen ja auch in der Lage sein, euch zum Beispiel zu sagen, das hier, das ist schlecht oder das finde ich langweilig oder ja, eben auf Schwächen hinzuweisen und zu kritisieren. Das kann so manche Beziehungen auf eine Art und Weise belasten, die man sich eigentlich nicht wünscht. Ja, abgesehen davon hat ein Lektor oder eine Lektorin natürlich auch einen ganz anderen Blick auf die Geschichten und die sehen einfach auch die zugrunde liegende Struktur ganz anders als normale Leser. Die haben Erfahrung mit dem Aufbau von Geschichten, von Charakteren und so weiter. Also dieser riesige Wissenspool, der dahinter steht, den habt ihr natürlich in eurem Umfeld bei normalen Leuten nicht unbedingt. Es kann Ausnahmen geben, aber im Normalfall unterscheidet sich die Arbeit eines Lektors schon sehr stark von so einem normalen, ich sag mal, Probelesen, was durchaus auch eure Freunde machen können, wenn die anderen Voraussetzungen stimmen. So, also die Frage, ob wir das Lektorat brauchen, würde ich jetzt einfach mal ganz klar mit einem Ja beantworten. Und zwar geht es da auch nicht nur darum, den Text zu verbessern und zu polieren für den Leser oder Logiklücken auszumerzen, sondern es geht auch um die persönliche Weiterentwicklung. Natürlich können wir uns persönlich weiterentwickeln, indem wir zum Beispiel Schreibratgeber lesen, Seminare besuchen, uns YouTube-Tutorials, Podcasts und so weiter anhören oder anschauen und natürlich auch einfach durch Übung. Aber es gibt so Dinge, die schleifen sich einfach mit der Zeit ein, so bestimmte Lieblingsfehler oder Formulierungen, die grammatikalisch oder vom Ausdruck her einfach nicht gut sind und die man aber immer wieder verwendet, ohne es zu merken oder so kleine Faulheiten in Bezug auf Show, Don't Tell und so weiter und so fort. Es gibt da so viele Dinge, die man selber gar nicht bemerkt und nicht sieht, Schwächen, die man entwickelt oder derer man sich einfach nicht bewusst ist und sich auch nicht werden kann oder zumindest sehr lange dafür braucht, um das zu schaffen. Und dafür ist ein Lektorat einfach Gold wert, weil der Lektor sieht diese Dinge. Er sieht sie viel leichter als du. Und vor allem wird er keine Angst haben, dir das zu sagen, sondern vermutlich wird er es dir einfach 20 Mal an deinen Text ranschreiben, bis du selber siehst, was du da eigentlich fabriziert hast. Also ich persönlich hatte zum Beispiel in meinem ersten Lektorat das Problem, dass ich unheimlich oft diese drei Pünktchen, also diese Auslassungspunkte benutzt habe. Wirklich, es war, also keine Ahnung, eine Epidemie ist nichts dagegen. Ja, also das zum Beispiel, das ist mir vorher nie so aufgefallen, dass ich die so extrem häufig benutzt habe, aber ja, anderes Thema sind zum Beispiel Füllwörter. Da hat ja auch jeder von uns so seine Favoriten oder einfach bestimmte Sätze oder Formulierungen, die sehr gerne vorkommen oder bestimmte Klischee Charaktere oder, oder, oder. Also das Lektorat kann uns somit helfen, unsere Schwächen zu erkennen und nur wenn wir sie erkennen, können wir ja auch daran arbeiten und dann, dann kann man sich wieder mit Schreibratgebern zum Beispiel, wir helfen, bis man zur nächsten Störstelle kommt. Aber das Lektorat kann uns natürlich auch helfen, unsere Stärken zu erkennen und unser Selbstbewusstsein aufzubauen, denn auch das ist ja eine wichtige Sache als Autor, ne. So, zum Korrektorat brauche ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel sagen, das ist halt hauptsächlich dafür da, dann noch irgendwelche blöden Tippfehler verschwinden zu lassen, denn es ist einfach unheimlich störend, wenn man gerade in einer sehr emotionalen Szene drin ist und dann ist plötzlich irgendein wichtiges Wort falsch geschrieben und dann vielleicht auch noch irgendwie so lächerlich auf eine Art, dass man vollkommen rausgerissen wird und das will man natürlich vermeiden. Deswegen, ja, auch das Korrektorat ist sehr wichtig, wobei ich da eher noch sagen würde, ja, wenn ihr sehr gut bewanderte Freunde habt auf dem Gebiet der deutschen Sprache, Grammatik, Zeichensetzung und so weiter, dann müsst ihr da vielleicht nicht unbedingt jemanden für bezahlen bzw. jemand Professionelles dafür bezahlen. Wie gesagt, es gibt ja auch diese Kombi-Angebote. Prinzipiell halte ich auch ein Korrektorat für sinnvoll und wichtig, eben um den Leser nicht zu stören. Ja, was bringen Lektorat und Korrektorat noch, abgesehen von den sehr großen und wichtigen Punkten, die ich schon genannt habe? Also einerseits tragen die natürlich dazu bei, dass euer Buch auch nicht nur bessere Chancen am Markt hat, weil es natürlich poliert wurde, sondern auch, es sieht einfach professioneller aus, wenn ihr ins Impressum schreiben könnt, Lektorat von wie auch immer und Korrektorat von dem und dem. Das sieht einfach besser aus, als wenn da nichts steht, weil dann auch die Leser, die vielleicht generell ein bisschen kritisch gegenüber Self-Publishing sind, sehen, dass ihr da Mühe und Geld und Zeit reingesteckt habt in diese Sache. So, kommen wir zum nächsten Thema, das wahrscheinlich auch viele interessiert, die sich das hier anhören, und zwar der Kostenpunkt. Hier muss man natürlich sagen, das kommt drauf an. Wir gehen jetzt erstmal vom Lektorat aus und da erfolgt die Berechnung nach Seiten oder Zeitaufwand oder beidem. Also im Schnitt kostet das Lektorat ungefähr vier bis fünf Euro pro Normseite. Aber das ist eben nur ein Richtwert, es kann ein bisschen günstiger sein, es kann aber auch deutlich teurer sein. Und ich sage euch jetzt auch noch, worauf das ankommt, und zwar auf den Arbeitsaufwand, den der Lektor da reinstecken muss. Also, ihr könnt natürlich 400 Normseiten haben, die nur so vor Logikfehlern, vor schlechtem Ausdruck, vor überflüssigen Seiten und Füllwörtern wimmeln. Oder ihr könnt ein 400-seitiges Manuskript haben, das bereits wirklich einen gestraften Spannungsbogen hat, in dem es nicht mehr so viel rauszustreichen gibt und wo die Charaktere wirklich schon gut ausgearbeitet und authentisch rüberkommen. In zweiterem Fall hat der Lektor natürlich ein bisschen weniger zu tun als in dem ersten Fall. Und deswegen wird das zweite Lektorat wahrscheinlich ein bisschen günstiger ausfallen als das erste. Also, Zeitaufwand und die Qualität, die das Manuskript hat, wenn ihr es einreicht, spielt da auf jeden Fall eine große Rolle. Das Korrektorat kostet ungefähr zwei bis drei Euro pro Normenseite. Auch hier, das ist nur ein ungefährer Richtwert. Es gibt bestimmt günstigere, es gibt bestimmt teurere. Auch da geht es halt darum, wie hoch die Fehler, Dichte ist. So, dann habe ich eben von Normseiten gesprochen. Eine Normseite, das sind 1800 Zeichen inklusive Leerzeichen. Wie viele Wörter das sind, richtet sich natürlich danach, wie lang oder kurz die Wörter sind, die ihr verwendet. Aber sagen wir mal, es sind ungefähr 250 Wörter auf eurer Normseite. Dann könnt ihr das jetzt ganz einfach für euer eigenes Manuskript ausrechnen, Gesamtwortzahl durch 250. Und ja, dann habt ihr die Seiten und könnt das mal nehmen mit 5 zum Beispiel. Und dann werdet ihr darauf kommen, dass ein vierstelliger Betrag für ein Lektorat nichts Außergewöhnliches ist. Also ich denke, unter 1000 Euro wird man kein einigermaßen vernünftiges Lektorat bekommen, außer man hat ein sehr kurzes Skript, also eine Kurzgeschichte zum Beispiel oder eine Novelle. Das hängt natürlich auch immer ein bisschen vom Genre ab. Aber ich würde sagen, die meisten Leute werden so wenigstens 2000 Euro für ihr Lektorat bezahlen müssen. Es richtet sich auch danach, wie viele Runden der Lektor anbietet. Manche machen nur eine Runde, manche machen zwei bis drei. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Aber ihr solltet euch darauf einstellen, dass das Lektorat doch ein bisschen Geld kostet. Aber wie gesagt, das ist gut investiert. So, nachdem wir diesen Schock jetzt verdauert haben, kümmern wir uns darum, wie wir denn überhaupt den richtigen Lektor oder die richtige Lektorin für uns auswählen. Worauf sollte man da achten? Oder wo findet man überhaupt Lektoren? Also ich würde sagen, eines der wichtigsten Dinge bei der Auswahl ist erstmal die persönliche Sympathie und die Chemie. Ich würde nicht mit jemandem zusammenarbeiten wollen, den ich schon auf den ersten Blick nicht leiden kann oder der mir beim ersten E-Mail-Austausch schon unheimlich unsympathisch ist. Das funktioniert einfach nicht. Man muss ja viel miteinander kommunizieren. Man wird eine längere Zeit zusammenarbeiten und vor allem vertraut man demjenigen ja auch irgendwie sein Baby an, sage ich jetzt mal wieder ein bisschen übertrieben. Aber es ist ja so, es hängen ja Gefühle mit dran an dem Skript. Und ja, gerade für Anfänger, die da auch emotional vielleicht noch ein bisschen verwundbarer sind und nicht ganz so kritikfähig, für die finde ich das schon besonders wichtig, dass die sich jemanden suchen, der auch menschlich zu ihnen passt. So, dann natürlich eigentlich offensichtlich, aber ich möchte es trotzdem erwähnen, das Genre ist natürlich wichtig. Schaut, dass der Lektor oder die Lektorin auf deren Webseite, die ihr euch vielleicht gerade herumtreibt, auch Geschichten eures Genres überhaupt annimmt. Nicht jeder wird zum Beispiel Erotik lektorieren wollen oder so. Also schaut da vorher nach. Dann finde ich persönlich ist sehr wichtig, dass der Stil des Lektors kompatibel mit dem des Autors ist. Mir geht es eben darum, dass der Lektor nicht versucht, mir meinen Stil auszutreiben, sondern mit meinem Stil arbeitet und nicht dagegen. Also nur, dass man mich hier nicht falsch versteht, grobe handwerkliche Fehler sind was anderes als Stil. Aber ein guter Lektor kann das eben unterscheiden. Ja, da kommen wir zum Punkt Probelektorat. Ich würde sagen, eigentlich alle Lektoren bieten diese Möglichkeit an, dass ihr denen schon ein paar Seiten einsenden könnt. Meistens sind das so ungefähr fünf Normseiten. Anhand derer der Lektor oder die Lektorin dann einschätzen kann, ob ihr zueinander passt und auch wie viel Arbeitsaufwand da auf ihn oder sie warten wird und entsprechend auch, wie viel euch das Ganze kosten wird. Und in dem Probelektorat sieht natürlich nicht nur der Lektor, wie euer Skript ist, sondern ihr seht auch, wie der Lektor arbeitet und ob diese Art zu euch passt und ob ihr euch damit wohlfühlt. Natürlich bleibt auch gesagt, ihr müsst ja die Anmerkungen oder die Vorschläge des Lektors oder der Lektorin nicht umsetzen. Das bleibt ja immer euch überlassen. Aber in den meisten Fällen sollte man den Vorschlägen wohl Folge leisten. Und wenn ich eben da das Gefühl habe, dass der Text sich dann aber irgendwie von mir als Auto oder von dem, was ich wollte, entfremdet oder dass die Lektorin gar nicht verstanden hat, was ich eigentlich ausdrücken wollte mit meinen Worten oder das versucht, irgendwie in so eine andere Richtung zu bringen, die mir nicht gefällt, wenn ich da ein schlechtes Gefühl einfach bei habe, dann ist das nicht der richtige Lektor oder die richtige Lektorin für mich. Das muss man dann eben auch so ein bisschen nach Gefühl entscheiden. An der Stelle sei auch noch gesagt, dass Lektor bzw. Lektorin keine geschützte Berufsbezeichnung ist. Jeder kann sich Lektor oder Lektorin nennen, ohne besondere Berufserfahrung oder Studium oder sonst irgendwas. Das ist genauso wie mit Autoren. Es darf sich auch jeder Autor nennen und es darf sich jeder Fotograf nennen. Es gibt da ja so einige Berufe, die eben keine Voraussetzungen haben, die nicht geschützt sind. Dessen sollte man sich bewusst sein, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Damit will ich sagen, nur weil sich jemand mutig Lektor nennt, heißt das nicht, dass derjenige wirklich gut und wirklich professionell ist. Guckt euch die Referenzen an, guckt euch das Probelektorat an und guckt euch an, ob ihr das gut findet. Ebenso bin ich der Meinung, dass ein Lektor nicht eine 5000 Einträge lange Referenzenliste von Bestsellern haben muss, um ein guter Lektor zu sein. Ich kenne Leute, die nennen sich nicht Lektor, sind aber unheimlich gut darin, Geschichten zu verbessern, Schwachstellen zu finden und trotzdem den Stil des Autors zu respektieren. Es gibt beides und deswegen sollte man eben nicht zu sehr auf das Papier pochen oder auf irgendwelche Studiengänge oder Kurse oder Seminare, sondern man sollte auch ein bisschen drauf schauen, was kommt denn letztendlich raus. Denn ich bin der Meinung, am Ende zählt das Ergebnis. Gut und wenn ihr jetzt Lust habt, euch direkt auf die Suche nach einem passenden Lektorat zu begeben, dann möchte ich euch natürlich auch noch eine kleine Hilfe geben, wie man überhaupt jemanden findet. Natürlich könnt ihr über die sozialen Netzwerke suchen oder ihr könnt in die Romane anderer Autoren reinschauen, was da vorne drinsteht, wer das Lektorat gemacht hat. Das ist ja meistens im Impressum aufgelistet. Aber ihr könnt natürlich auch im Internet suchen und zwar gibt es da zum Beispiel auf der Autorenwelt eine tolle Übersicht, wo man filtern kann nach Korrektoren, Lektoren, Coachings, Designern und allem Möglichen. Da würde ich euch mal einen Link in die Beschreibung reinpacken. Dann könnt ihr gucken, wer sich dort so tummelt und euch einen Überblick verschaffen. Seid ihr immer noch ein bisschen geschockt von den Zahlen, die ich vorhin genannt habe? Ja, eigentlich, wenn man es so betrachtet, wie viel man dadurch gewinnt, ist das Lektorat nicht zu teuer. Aber ich kann absolut verstehen, wenn Neulinge sich sagen, uff, also 2000 Euro für ein Lektorat und dann vielleicht nochmal 1000 für ein Korrektorat und dann vielleicht nochmal so und so viel für ein Cover und was dann auch alles auf mich zukommt. Wow, das ist mir alles viel zu teuer. Das kann ich total verstehen und ich muss an dieser Stelle sagen, dass ich mir für meine ersten Self-Publishing-Schritte auch kein Lektorat geleistet habe. Ich war da ziemlich, ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt dumm oder mutig oder naiv oder vielleicht auch verzweifelt nennen soll. Aber ich habe damals wirklich einfach geschrieben und rausgehauen, weil ich verzweifelt war und zumindest ausprobieren wollte erstmal, ob überhaupt jemand liest, was ich schreibe oder ob das im Self-Publishing überhaupt keinen Sinn macht. Das war ja nicht sofort ein Roman, sondern das waren so Kurzgeschichten beziehungsweise Einzelteile von einer größeren Geschichte, die ich da auf den Markt geworfen habe in meiner jugendlichen Leichtsinnigkeit und ja, dann habe ich festgestellt, das ist tatsächlich was für mich. Das könnte funktionieren und es macht mir Spaß und ja, da möchte ich mehr Mühe, mehr Arbeit, mehr Kraft und eben auch Geld reinstecken, um das besser zu machen. Und für meinen ersten richtigen Roman habe ich mir dann natürlich auch ein Lektorat geleistet. Und wie gesagt, ich würde das auch jedem wärmstens ans Herz legen, umso mehr, wenn ihr noch neu auf dem Markt seid. So, aber was kann man jetzt vielleicht tun, um da noch ein bisschen zu sparen oder ja, das irgendwie in einem Rahmen zu halten, den man stemmen kann? Also, natürlich ist das Naheliegendste, dass man den Text schon bevor man den ins Lektorat gibt, so gut wie möglich macht, dass man den aufpoliert, sodass der Lektor oder die Lektorin am Ende nicht mehr so viel zu tun hat. Denn wie gesagt, es hängt ja auch vom Zeitaufwand ab. Das heißt, gebt euer Manuskript zu Testlesern. Das können dann auch Freunde sein oder Bekannte. Wichtig wäre halt, dass es die Zielgruppe ist, also wenn ihr Liebesromane schreibt, dann gibt es den Freunden, Freundinnen und so weiter, die gerne Liebesromane lesen. Wenn ihr Fantasy schreibt, dann gibt es den Leuten, die gerne Fantasy lesen. Zu Testlesern mache ich oder machen wir bestimmt auch mal noch eine Folge, da möchte ich jetzt nicht noch näher drauf eingehen, aber nehmt alles in Anspruch, was ihr in Anspruch nehmen könnt, um euren Text besser zu machen, bevor ihr den ins Lektorat gebt. Lasst den vielleicht auch mal noch mal eine Weile liegen, ein paar Wochen oder ein paar Monate und schaut dann selber noch mal drauf. Es kann durchaus sein, dass ihr euch in dem Zeitraum schon selber ein bisschen verbessert habt und Fehler sehen könnt, die ihr vorher nicht gesehen habt. Und ansonsten hilft der zeitliche Abstand eben auch dabei, zum Beispiel schon mal Tippfehler auszumerzen, die man vorher gar nicht gesehen hat. Da liest man 30 Mal drüber. Ich weiß genau, wie das ist. Man braucht ein bisschen Abstand, um solche Sachen besser sehen zu können. So, wenn man an der Schraube nicht mehr drehen kann, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Rabatte zu bekommen. Ich weiß, dass es einige Lektorinnen und Lektoren gibt, die zum Beispiel Nachlass geben für Neueinsteiger, also für jemanden, der noch gar kein Buch veröffentlicht hat, der seinen Erstling quasi gerade verlegen möchte. Und für Selfpublisher generell gibt es auch manchmal Rabatte. Manchmal gibt es auch Nachlass, wenn ihr zu einem bestimmten Verein oder zu einer bestimmten Gruppierung gehört. Da müsst ihr euch mal umschauen, was es so gibt. Und ansonsten würde ich euch noch ans Herz legen, vielleicht über eine Zusammenarbeit oder Kooperation nachzudenken. Wenn ihr zum Beispiel schon einigermaßen vernetzt seid in den sozialen Netzwerken, dann kennt ihr vielleicht einen aufstrebenden Lektorin beziehungsweise jemand, der das zukünftig machen will. Und der Lektor wurde die Lektorin am Anfang der Karriere, hat ja das Problem, dass es noch keine Referenzen gibt, mit denen man werben kann. Und das passt ja dann ganz gut zu euch, der oder die sein oder ihr erstes Buch veröffentlichen möchte und dafür eben ein günstiges Lektorat braucht. Und so könnt ihr euch gegenseitig helfen, indem dieser jemand euer Manuskript lektoriert und ihr dann entsprechend die Referenz sein könnt. Da kann man sich gegenseitig helfen und das finde ich auch eine gute Sache. Aber auch da sollte man natürlich schauen, dass man zusammenpasst und dass die Arbeit eben auch trotzdem einigermaßen vernünftig ist. Man kann vielleicht auch was anderes im Gegenzug anbieten. Wenn ihr zum Beispiel gut mit Grafiken seid oder so, dann könnt ihr dem Lektor oder der Lektorin ja auch sowas anbieten. Oder ihr könnt auch gegenseitig Tests lesen oder Korrektur lesen oder wie auch immer. Also da findet man ja Wege und Möglichkeiten, wenn man denn möchte. So, kommen wir zum Fazit. Also, das Lektorat ist eine wichtige Investition nicht nur in das Buch, sondern vor allem auch in sich selbst. Man kann so viel daraus mitnehmen, so viel lernen. Das ist im Grunde ja nicht nur die Leistung, die ihr für das Buch bezahlt, sondern das strahlt ja auch weiter auf eure nächsten Bücher. Ihr nehmt ja viel mit von dieser Erfahrung und es ist natürlich auch eine Investition in eure Leserschaft, weil wenn jemand zum ersten Mal auf euch als Autor stößt und nimmt jetzt ein Buch in die Hand von euch, das euch vielleicht nicht so gut gelungen ist und das kein Lektorat hatte, dann wird derjenige vielleicht nicht unbedingt auch noch euer nächstes Buch kaufen. Aber wenn ihr die Chancen optimiert, indem ihr auch ein Lektorat gemacht habt und ein Korrektorat für Ihr Buch hattet, dann stehen die Chancen natürlich besser, dass ihr Leser dauerhaft an euch binden könnt. Ja, Augen auf bei der Auswahl. Wie gesagt, schaut hin, macht die Probelektorate und vertraut auch ein bisschen eurem Gefühl. Seid aber auch nicht zu eingeschnappt, wenn jemand viele Anmerkungen macht oder viel Kritik äußert. Manchmal ist es besser, ein bisschen mehr Vorschläge bekommen als zu wenige. Denn wie gesagt, ihr müsst ja auch nicht alles machen, was der Lektor sagt, aber ihr solltet offen für alle Denkanstöße sein, die er oder sie euch geben kann. Wenn ihr noch Fragen zum Thema Lektorat oder Korrektorat für Self-Publisher habt, wenn ihr selber noch was dazu ergänzen könnt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Auch über ein Like zu dem Video und über Abos natürlich umso mehr. Und ansonsten schaltet doch gerne bei der nächsten Folge wieder ein. In dieser Reihe geht es beim nächsten Mal um die Cover, was ich auch ein extrem interessantes und wichtiges Thema finde. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Aloha! Ciao! 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 Ciao!